So, und damit erstmal herzlich willkommen zurück bei Let's Play Warcraft 3 Frozen Throne. Ich werde heute wieder eine kleine Aufnahmesession machen. Ich werde heute wieder auch nur ein einziges Level spielen, einfach weil ich gerade nicht so viel Zeit habe. Also, bevor ich jetzt noch weiter rumlabere, lassen wir es mal weitergehen. Kapitel 5, der Sturz des Schreckungslords. Zur selben Zeitplan Sylvanas und ihre treuen Untergebenen in den Pestländern ihren nächsten chirurgischen Schlag gegen die Macht des Schreckungslords. Ja, der Schreckungslords. Gut gemacht, Varimathras. Ihr habt uns direkt zu Dessarocks Hochburg geführt. Aber sagt mir, wer sind diese Menschen? Dessarock hat mit seiner Telepathie einen hochrangigen Menschenkriegshelm versklavt. Ich glaube, sein Name war Garabon oder Gelithos oder so. Für mich hören sich alle Menschennamen gleich an. Dessarock hat das letzte Zentrum des Widerstands der Menschen übernommen, statt es auszuradieren. Sie haben in dieser Burg ihre eigene Streitmacht. Euer Bruder ist schlauer als ich dachte. Seine Verteidigung ist beachtlich. Ja, und mit dieser kläglichen Truppe, die ihr da habt, wäre ein direkter Angriff auf diese Mauern Selbstmord. Ich habe nicht vor, diese Mauern anzugreifen. Dann sollten wir gehen, bevor er... Meine Banshees werden diese glücklosen Menschen übernehmen. Wir benutzen sie, um für uns das Tor zu öffnen. Euch ist klar, dass wir nur wenig Zeit haben, bis ihr herausfindet, was wir im Schilde führen. Natürlich. Wenn wir schnell genug zuschlagen, wird Dessarock gar nicht wissen, wie ihm geschieht. Zu den Waffen! Wem dient ihr, Mensch? Der dunklen Lady. Ihr Wort ist mir befehl. Die Patrouille ist zurückgekehrt. Öffnet die Tore. Alle bereit machen. Es ist soweit. Jetzt, meine Krieger, schlag zu. Ich habe hier in diesem Level mehr oder weniger eine eigene Taktik. die es beinhaltet, ja, hier dieses Lager hier zuerst anzugreifen, um anschließend dieses Lager hier zu übernehmen. Ich habe nicht vor, dieses Lager hier oben zu halten. Das verschafft mir nämlich mehr Zeit, diesen Stützpunkt komplett zu vernichten. Und nebenbei auch noch hier ein Lager aufzubauen, um den Angriff der Menschen abzufangen. Da die Menschen vorerst mal alle da hochrennen werden in meine... Da, wo mein Stützpunkt gerade ist. Ich werde auch jetzt gleich mal einen Akkonyten hierher schicken. So. Mit Sylvanas schieße ich mir mal ein paar Skelette. Wie gut, dass der die Rüstung umgepanzert hat. Kriegt er von Belagerungsschaden voll auf die Fresse. Ich bin hier. Ich habe keine Zeit für Stücke. Wo soll mein Blut vergessen werden? So. da die Mörser da wir haben hier oben übrigens eine Zeitbegrenzung bis die feindlichen Streitkräfte aufwachen und uns bemerken und solange diese Zeit nicht abläuft kann ich hier mehr oder weniger kaputt machen was ich will und dass ich bemerkt werde eigentlich solltest du hier schon eine Goldmine beschwören das hier bauen wir auch gleich hier hin und dann bauen wir gleich mal eine kleine Verteidigung auf wenn ich da noch irgendwas hinkriege mit dem gehe ich mittlerweile mal da rauf da ist übrigens der Dessarok wir müssen hier nebenbei beide Stützpunkte vernichten damit wir hier gewinnen sowohl den der Menschen als auch den der Untoten das war jetzt Verräter wie konntet ihr uns nur so verraten wir hätten dieses Land gemeinsam regieren können Sylvanas Kraft ist größer als ihr ahnt Bruder ich schlage mich lieber auf ihre Seite tötet die Emporkömmlinge in Dessaroks Namen ich bin hier ich hasse es gegen Streckenslots zu kämpfen wir lassen einen die ganze Zeit schlafen hier im Lager gibt es doch auch noch hier ist noch eine Monstrosität ich meine das hier noch genau den will ich dann bauen wir unten noch bisschen weiter aus noch mal ein paar Gratis-Skelette wir haben hier übrigens auch Varimatras das habe ich ganz vergessen den hatten wir letzte Mission noch gar nicht ist ein bisschen her seit die letzte Aufnahme war Varimatras kann Feuerregen schlafen und eine Vampir-Aura Feuerregen kann ich in einem kleinen Gebiet Feuerregen lassen was überall Schaden verursacht wer hätte es gedacht Schlaf ja die Einheit schläft eine Zeit lang und Vampir-Aura alle Nahkampfangriff Einheiten äh haben die Fähigkeit ja dass sie ein bisschen was von dem Schaden an Leben regenerieren wird angegriffen abgeschlossen ich gehorche mit Freuden zeigt mir ein Ziel möge ich sicher ziehen niemals dafür erleben gehen wir Grenzen habt ihr eine Idee euer Befehl Meister ich beuge mich eurem Wille also ich glaube gefragt habe warum ich die Gebäude da oben alle weggeschickt habe das hat einen ganz speziellen Grund und zwar weil ich das Lager da oben mir sowieso aufgebe schicke ich es lieber noch weg bevor die Rohstoffe da oben komplett verkommen die schwarze Zitadelle lasse ich allerdings noch ein bisschen da so damit haben wir Dessaroks Stützpunkt zerstört und Garitos Stützpunkt ist der andere Ah da sind wir ja wieder haben wir ein tolles Wiedersehen mit Großmarschall Arschloch dürfen wir ihn endlich mal verhauen so naja das fehlte noch stimmt mein Leben für Nersul ich beuge mich eurem Wille unsere Zeit ist abgelaufen in beiden Stützpunkten weiß man dass wir hier sind wir müssen unsere Verteidigung ausbauen ehe ihr Gegenangriff beginnt wo soll mein Blut vergossen werden so diesen Tipp werde ich jetzt mal galant ignorieren da ich hier sowieso jetzt mein neues Lager hier aufgeschlagen habe können wir uns ein paar schöne Einheiten klauen hier nochmal die Beschwörung ist abgeschlossen euer Wille geschehen euer Wille geschehen ach so das waren die Merse die die Gebäude angeschossen haben euer Befehl Meister mein Leben für Nersul Forschung abgeschlossen ach ein Greifenreiter hm so der wird sowieso zusammengeschossen da ist er ja das Arschloch ich bin Garitas ich habe geschworen den Meister nach Immun gegen Magie das hat sein Avatar an Kreatur ich hab keine Gnat er ruft mich schlagt rasch zu mein Krieger Desarok muss weg ok die haben einen Level Up Warimatras hat übrigens zwei Fähigkeiten von einem Grubenlord gekriegt Normale Schreckenslots haben an der ersten Stelle den Aßschwamm und an der letzten Stelle eine Höllenbestie. Hier haben wir den Feuerregen statt den Aßschwamm und Verhängnis anstatt der Höllenbestie. Na gut, ich will mich nicht beschweren. Verhängnis ist auch ein starker Ultimate, aber ich finde die Schreckens... äh... die Höllenbestie ist ein bisschen besser. Oh, die Opfergrube brauche ich noch, damit ich Frostbüren bauen kann. Ich kann hier übrigens theoretisch einen Menschenarbeiter mit Sylvanas oder mit einer Benji einnehmen, um dann ein Menschenlager aufbauen. Das wird mir dann allerdings ein bisschen zu viel. So, ich sollte vielleicht noch ein paar... Ja, ich sehe hier gerade mit den Essen bin ich voll über der Kapazität. Ja, weil ich da oben das ganze Lager abgebaut habe jetzt. Wo soll die Beschwörung jetzt abgeschlossen werden? So, dann bauen wir jetzt das Ding hier noch hin. Hm. Ich finde so, wenn die nur mit Soldaten und einem einzigen Scharfschützen dahin nur wieder kommen. Nachdem die sowieso bald sterben, kann ich sie auch in den Tod schicken. Die Beschwörung ist abgeschlossen.